In dem nachfolgenden Film stellen wir Ihnen wichtige Details und Funktionen zu dem Produkt vor. Dieser Stuhl ist mit dem patentierten Body Balance Tech Gelenk in der Sitzfläche ausgestattet. Dieses gibt Ihnen ein unglaublich gutes Sitzgefühl und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Es fördert das bewegte Sitzen und schont somit Ihren Rücken. Ähnlich wie beim Gymnastikball trainieren Sie damit permanent die Rückenmuskulatur und beugen somit Haltungsschäden vor. Mit dem Hebel rechts vorne unter der Sitzfläche lässt sich stufenlos die Sitzhöhe des Stuhls einstellen. Greifen Sie dazu den Hebel, wie hier zu sehen, und ziehen Sie ihn kräftig an. Weh- oder entlasten Sie den Stuhl bei gezogenem Hebel, bis die gewünschte Sitzhöhe erreicht ist. Optimal ist es, wenn der Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel ca. 90 Grad beträgt. Mit dem hinteren Hebel lässt sich die Neigung der Rückenlehne verstellen. Durch Ziehen des Hebels nach oben öffnen Sie die Neigeverstellung. Drücken Sie den Hebel wieder nach unten, wird die Rückenlehne in der aktuellen Position arretiert. In geöffneter Neigeverstellung folgt die Rückenlehne permanent Ihrer individuellen Sitzposition. Über das Handrad hinter der Sitzfläche lässt sich die Rückenlehne stufenlos in der Höhe verstellen. Drehen Sie das Handrad gegen den Uhrzeigersinn, um die Arretierung zu lösen, und schieben Sie die Lehne in die richtige Höhe. Bei der Drehung im Uhrzeigersinn können Sie die Lehne dann in der gewünschten Position wieder arretieren. Die Position der Armlehnen lässt sich am äußeren Drehknopf auf Ihre Bedürfnisse einstellen. Drehen Sie im Uhrzeigersinn daran, bewegt sich die Armlehne nach oben. In die andere Richtung senkt sie sich. Allgemein sollten Sie die Armlehne so positionieren, dass Ihre Arme bequem aufliegen. Dieser Stuhl ist serienmäßig mit sicherheitsgebremsten Rollen für weiche Böden, wie zum Beispiel Teppichböden, ausgestattet. Wenn Sie vom Stuhl aufstehen, werden die Rollen entlastet und dadurch automatisch gebremst. So kann der Stuhl nicht unbeabsichtigt wegrollen. Sollte der Stuhl auf harten Böden, wie zum Beispiel Marmor oder Laminat, eingesetzt werden, empfehlen wir Ihnen, spezielle Hartbodenrollen bei Ihrem Händler zu bestellen, um möglichen Schäden vorzubeugen. Zusätzlich empfehlen wir ebenfalls noch zum Schutz die Benutzung einer Bodenschutzmatte. Topstar ist ein modernes Familienunternehmen, das seit über 50 Jahren innovative Sitzlösungen in Deutschland entwickelt und produziert. Dies garantiert Ihnen höchste Qualität und eine verlässliche Produktsicherheit. Sollten Sie noch Fragen zu diesem Produkt haben, schicken Sie uns bitte einfach eine E-Mail an kundenservice-at-topstar.de Wir helfen Ihnen gerne.